Hallo liebe Stierfrau, lieber Stiermann, hier ist die Inbal von Inbalsterro.com. Herzlich willkommen, gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie dein Liebesleben nächste Woche vom 29. Juni bis 5. Juli aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen. Ja, unten in der Infobox findest du den Link zu den häufigsten Fragen und den Link zu den Jahresmonats- sowie Wochenlegungen. Okay, die gleichen Infos findest du auch im obersten Kommentarbox. Die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Ja, eine Karte ist rausgefallen. Nun, jetzt mal intuitiv, Stier, habe ich das Gefühl, dass du nächste Woche Konzentrationsschwierigkeiten haben wirst. Und zwar Konzentrationsschwierigkeiten in Bezug auf dein Sehvermögen. Du wirst nächste Woche immer wieder Momente haben, wo du etwas anschauen sollst, aber dein Blick dann immer wieder auf etwas anderes gerichtet wird, das links und rechts ist. Das hat man sehr oft bei Menschen, die ADHS haben, die können das bestätigen. Man soll die Gedanken, zum Beispiel den Geruchssinn, den Tastsinn, das Sehvermögen, soll man auf irgendetwas richten. Aber wenn dann von hier hier Impulse kommen, dann hat man Schwierigkeiten, den Fokus da zu behalten und schon schaut man woanders hin. Und ich glaube, dass du nächste Woche, gerade eben in Bezug auf dein Sehvermögen, Schwierigkeiten damit haben wirst, deine Augen auf etwas Bestimmtes zu richten. Du wirst, dein Blick wird immer wieder von Impulsen von links und rechts abgelenkt. Also auch die Leseratten unter euch. Ich glaube, ihr werdet nicht sehr viel lesen nächste Woche. Es wird einfach nicht vorwärts gehen beim Lesen. Und ich bin jetzt gespannt, worum genau es hier geht. Fünfter Kelche umgekehrt. Das ist die Startkarte. Fünfter Kelche umgekehrt zeigt mir, dass du, Stier, deine Zukunft von deiner Vergangenheit ablenken lässt, bestimmen lässt. Entschuldigung, es ist Mercury Retro Gate, momentan kann ich nicht reden, damit muss man leben. Hier trauert man noch, ja, und dann wendet man sich irgendwann den zwei stehenden Kelchen zu. Ja, hier ist dieses Fiasko, das passiert ist und dann wendet man sich diesen zwei Kelchen zu. Und diese Dame hier, ihre Augen, die Augen dieses Meerjungfraus sind auf diese zwei der Kelche gerichtet. Die Augen sind noch geschlossen, sie leidet noch wegen diesen dreien. Aber sobald sie sie öffnet, die Augen öffnet, wird sie neue Möglichkeiten in der Liebe sehen. Und so, meine Damen und Herren, sieht man das nicht mehr. Du solltest deinen Blick eigentlich auf die Zukunft richten. Du solltest deinen Blick eigentlich auf neue Kandidaten richten. Aber dein Blick wird immer wieder abgelenkt durch die Vergangenheit. Es kann tatsächlich sein, Stier, dass du nächste Woche, dass dir, dass irgendwann nächste Woche die Liebe deines Lebens vor dir steht und du diesen Menschen nicht sehen wirst und dann tatsächlich für immer verpassen wirst. Warum? Weil du mit deinem Blick immer noch links und rechts in Richtung Vergangenheit fokussierst. Abgelenkt hier. Abgelenkt. Sieben der Schwerter. Hier der Ablenker. Das ist jemand, der hier immer wieder versucht, deine Aufmerksamkeit zu erhaschen. Die, die schon länger nichts mehr von diesem Ablenker, von dieser Ablenkerin gehört haben, es kann sein, dass sich dieser Mensch wieder meldet. Warum? Weil sie spüren, dass ihr etwas im Blick habt und das wieder umkehren wollen, indem sie sich wieder mal bei dir melden, oder? Diese Impulse von links und rechts, die euch ablenken sollen von irgendeinem anderen Menschen. Stier, mach dich darauf gefasst, dass du nächste Woche darüber leiden wirst, wie oft du verarscht wurdest. Wie konnte es geschehen? Wie konnte es sein, dass ich so oft verarscht wurde? Hier sind drei umgeworfene Kelche. Du wolltest zehn der Kelche erreichen. Stattdessen sind immer drei der Kelche. Sieben der Schwerter passiert. Das gibt dann zehn der Schwerter. Jedes Mal ist jemand in deinen Augen gestorben. Ja, du sagst regelrecht, wie kommt es, dass ich immer wieder auf Männer stoße, auf Frauen stoße, mit denen ich mir das Leben vorstelle, und dann aber sie für mich sterben müssen. Was ist das, sagst du dir? Was soll das? Ich stelle mir ein Leben mit diesen Menschen vor und dann muss ich entscheiden, dass sie für mich gestorben sind. Vier der Stäbe. Neun der Kelche. Das ist das, worauf du dich eigentlich fokussieren müsstest, Stier. Neue Beziehungen. Zwei der Kelche hier, vier der Stäbe hier, doppelte Energie. Neue Beziehungen, neue Umgebungen, neue Freundeskreise. Ja, und die Definition dessen, was deine Zehn der Kelche sind. Und jetzt sagst du mir, ja, das habe ich schon mal in der Vergangenheit, habe ich mir das schon vorgestellt. Und jedes Mal bin ich bei zehn der Schwerter gelandet und jemand musste für mich sterben. So sinngemäß gesagt. Die Karten sagen dir hier, es gibt eine Liebe des Lebens, eine, und alle anderen sind nicht Liebe des Lebens. Alle anderen muss man mit zehn der Schwerter für tot erklären. Die Karten sagen, so schmerzhaft es auch ist, es ist ganz normal, dass du jetzt nochmals dich hinsetzen und dir überlegen sollst, was will ich in der Liebe? Was ist mein Glück in der Liebe? Was will ich haben? Ja, und vor allem sehe ich hier, dass hier bei Ast der Kelche gestartet wurde, mit einem Anfang in der Liebe, ohne eine Aussprache darüber, was denn genau erreicht werden soll mit Zehn der Kelche. Man hat einfach gestartet, du hattest da so deine Hoffnungen, aber wirklich mit der Gegenseite Schritt für Schritt angegangen wurde es nicht. Sei es, weil du es nicht angesprochen hast oder sei es, weil du immer wieder auf Diebe gestoßen bist, die einfach nur von dir nehmen wollten, von dir profitieren wollten. Rat des Schicksals! Okay, Ritter der Münzen! Ja, du, du tauchst jetzt natürlich auf. Stier! Probiere mal, dir genau das Gegenteil dessen vorzustellen, was du dir bisher als Liebesglück vorgestellt hattest. Es mag absurd klingen, es mag absurd klingen, aber versuch mal, genau das Umgekehrte dir vorzustellen. Wenn du sagst zum Beispiel, ich will, ich rede jetzt einfach von den Hetero-Frauen aus, wenn du dir zum Beispiel sagst, ich will irgendwann glücklich verheiratet sein und Kinder mit einem Mann haben, dann sag dir, mein Liebesglück ist es, ich sehe es als Liebesglück, wenn ich mit einem Mann eine offene Beziehung führe und am besten sind wir beide unfruchtbar und haben keine Kinder. Es ist vielleicht gar nicht das, was du willst, aber stell es dir mal vor. Stell es dir mal vor. Stell dir vor, wie das wäre und alleine schon die Vorstellung davon, dass du plötzlich in der Zukunft ein Szenario siehst, in das du eigentlich nicht investieren möchtest, wird dann dafür sorgen, dass du in Liebesdingen zack, mal einen Stopp machst. Du manipulierst sozusagen deine Gedanken. Die, die das nicht verstanden haben, sollen zurückspulen und nochmals ansehen und falls du es noch nicht verstanden hast, dann wirst du es später mal verstehen. Dann ist das noch nicht deine Message. Sich das vorstellen, was man sich nicht vorstellen kann, um das Gehirn dazu zu bringen, aufzuhören mit der Investition. Das ist der Ritter der Münzen, das ist der, der eben nicht investiert, das ist der, der wartet und denkt, warte mal, da ist was schief. Gleichzeitig sehe ich dir, dass mit dieser Umkehr, den du hier machst, in Bezug auf deine Vorstellung von 10 der Kelche, 9 der Kelche hier, 10. Karte hier, dass genau dann jemand auftaucht, der seit Ewigkeiten dich an der Stange hält. Es gibt jetzt einerseits diesen Ratschlag, diese komischen Vorstellungen sich zu machen, Vorstellungen von Dingen, die man sich nicht vorstellen kann, das ist einerseits das und andererseits sehe ich aber so oder so viele Stiere, die ihre Vorstellungen in der Liebe komplett verändern. So oder so. Okay? Ich werde hier eine weitere Reihe ziehen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und was dieser Ritter der Münzen hier zu sagen hat. Diese Karten hier werde ich fragen, was du noch nicht über Herzensdame, Herzensmann weisst, aber wissen solltest. und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, dann freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye! Bis dann!